Ich lade Dich ein zu dem globalen Heilgebet gegen die Krise. Sage es jedem Menschen. Lade all Deine Freunde zum globalen Heilgebet gegen die Krise ein. Teile dieses Video über WhatsApp und über Facebook. Denn je mehr Personen wir sind, umso stärker ist unsere Energie. Helfe mit für den Frieden, für eine neue Zeit. Denn zusammen können wir etwas bewirken. Die Kraft einer großen Gruppe Menschen kann Wunder bewirken. Sei auch Du dabei. Am Sonntag, den 12.04. um 21 Uhr auf Smarana Live. Wir treffen uns auf Smarana Live, um zusammen zu beten. Den Link zum Gebet findest Du unter diesem Video. Vielen Dank, dass Du dabei bist. Halt. David gioche dir annya. Da kann uns in den nächsten Videos mehr, bis maniettfühle know 56 Uhr. geschle nervous. Die Frage sei dir. Alles klar.